Hallo Leute und Willkommen in diesem Video. Heute habe ich für euch die Paratutes Singleshot von Klasek im Test. Die haben 24 Gramm 1M auf die Packung auf 6 Stück also 4 Gramm. Das sind Singleshots mit einem Fallschirm oben eben und da fällt dann so eine Leuchtkugel oder zwei Leuchtkugeln runter. Keine Ahnung ob die jetzt was taugen. Die gibt es bei Rocket Rooney, Link in der Videobeschreibung. Ich wünsche euch viel Spaß beim Test. Wir sehen uns gleich draußen. So Leute, in diesem Traumwetter gibt es jetzt hier die Paratutes von Klasek. Das sind Falschirmbombenrohr. Ich habe es glaube ich eh schon mal angesprochen. Schauen wir mal die sind eh alle gleich. Ich hoffe der steht hier gescheit. Der gibt es nicht. Schauen wir mal was die Teile machen. Da fällt ein Fallschirm drüben auf das Haus. Alles klar. Also der Abschluss ist laut. Also der ist heftig. Der Abschluss ist super. Aber die haben ja alle den gleichen Effekt. Aber eins machen wir trotzdem noch. Ich möchte noch nicht aus dem Ich möchte es noch mal anschauen. Nummer zwei. Da hängt er. Da oben hängt der Fallschirm. Moment. Wo 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 wo. Da schaut mal. Seht ihr das Rote her? Okay. Also der Abschluss ist geil. Der ist schön druckvoll. Schön dumm. Aber der Effekt oben ist unnötig. Also ja. Klingt ganz lustig aber eigentlich. Gehen klar. Also kann man sich einmal zum Selbstausprobieren mitnehmen. Mir persönlich gefallen es jetzt nicht so gut. Aber jedem das seine. Ich hoffe trotzdem es hat euch gefallen Leute. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Haut rein. Und lasst ein Abo da für weitere Videos. Ciao. Ciao. Ciao.